Hey Leute, zurück bei Rocktrooper und ja, wir machen das jetzt einfach mal hier. Das war ja wohl nix. Ähm, okay, nochmal ne Cutscene. Ich glaub, die haben wir jetzt schon gesehen beim letzten Mal. Ja, das haben wir. Er ist hier. Jetzt haben sie noch eine Chance, ihn zu terminieren. Ja, ja, jetzt redet der ja davon. Oh Gott. Alter, alter! Gott, was war das denn für ein Fail? Gott, wie viele sind denn da? Verdammt. Nee, brauch ich jetzt nicht. Der Bastard hatte nur Glück. Das passiert mir nicht nochmal. Ich geb mir von hier oben Deckung. Vorwärts! Konzentriert euch auf den Sniper! Fuck! Das macht dir Spaß, was? Wo ist der Sniper? Wo ist der denn? Ah, da ist er. Ach, komm. Als ob ich dem nicht geschadet hab, kann. Gott, wie viele kommen denn da? Ja. Oh, Mann. Das ist jetzt aber echt heftig, wie viele hier kommen. Vor allem dann auch dieses Chaos hier irgendwie. Also, finde ich schon heftig gerade. Hup, in Deckung. Na super. Geht doch mal down. Gott, ey. Das wird aber auch echt nicht leichter. So, nochmal kurz aufladen hier. Okay, oh fuck. Was schießt denn hier auf mich? Okay, den haben wir runtergeholt. Da irgendwo ist er doch, ne? Da ist er. Bam, Junge. Erledigt. Ohne ranzuzoomen. Braucht nämlich keiner. Und ich hab auch kein Mausrad. weiter, Rogue. Ich geb dir von hier Feierschutz. Schieß doch lieber nochmal drauf. Ich mein, da hat... Ich mein, ja gut, der ist jetzt da oben runtergefallen und hat einen Kopfschuss bekommen. Ja, ist das meine Position des Rätas? Ausgezeichnete Arbeit, Rogue. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Steigen Sie mit Ihrem Geschwader auf. Sie wissen, was zu tun ist. Oh. 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 Okay, Mission erfolgreich. Läuft doch. So langsam müssen wir doch ja echt mal beim Schluss angekommen sein. Sind wir? Das ist jetzt das Letzte, was wir machen müssen. Das ist der Endkampf. Terminiert die Rogue-Jupper. Der Schild hat eine externe Energiequelle, Rogue. Wir müssten ihn irgendwie abschalten. Anders kommen wir an den Kerl nicht an. Ich glaube, ich sollte nicht so leichtsinnig einfach nach vorne rennen. Aber ich will erst mal das Vieche kaputt machen. Ach, das konnte man ja gar nicht von hinten zerstören. Dreck. Und ich laufe auch noch dahin. Nee, jetzt habe ich hier diesen. Oh, scheiß. Und tot war klar. Ja, okay. Das war meine Doofheit. Ach, sorry. Level neu starten. Ja, ja. Katze ihn hier. Katze ihn da. Katze ihn überall. Und tschüss. Bam. Tschüss. Der ist schon tot. So. Weg von der Rakete vielleicht. Wir müssen, glaube ich, jetzt... Genau. Hier müssen wir jetzt Helm drauf tun. Der hackt das dann. Diese verschiedenen Punkte. Und dann können wir... Oh Gott, wie viele. Und dann können wir nämlich... Oh, scheiße. Ja, heil mich. Bitte. Schnell. Heil mich doch mal. Der sagt, ich fliege dich zusammen und macht nichts. Geh auf, so lange du kannst. Geh down, so. So, komm her. In Deckung bleiben. Okay, das erste wäre erledigt. Wenn hier stimmt, versorg Riese-Generatoren dem Schild mit Energie. Wenn ich die Wartungsbrücke ausfahre, kommen wir an sie ran. Deine Miku-Minebel jetzt genau das Richtige. Los, suchen wir noch mehr Brückenkontakt. Oh, scheiße. Und so, kriegt er noch eine auf dem Freimann. Ah, scheiße. Nein, nicht Pistole, du Idiot. Nimm den, Mörser. Gott, ist das ein Trottel, der Typ. Warum nimmt der den nicht einfach? Meine Güte. Tschüss. Herr im Himmel. Na komm, backen wir uns mal hier an der Seite. An dem vorbei, der ist down. Das war schon mal einer. Oh Gott, nein, 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 nein. Brauch's doch gar nicht haben. Wir haben schon. Holen wir uns noch kurz deine Energie hier. Also. Oh, Sniper. Alter, wie viele? Ach. Was für's kann nur einen geben. Wo ist denn der andere Sniper? Hier war doch noch einer. Tschüss. Idioten. Aber hier war doch gerade noch so einer. Okay, was soll's. Holen wir uns noch kurz die Punkte hier können ja... Ah, da haben wir ihn. Okay. Rauf mit Helm. Und in Deckung gehen. Aber vorher Munition holen. Wie kann's auch anders sein? Mörser ist vielleicht jetzt momentan am wichtigsten. Und Medikits. Ich glaub, Medikits und Mörser. Die werde ich beide jetzt vermehrt herstellen. Oh, shit. Aber eigentlich kann man die leicht umgehen, diese ganzen Flieger, denen man einfach stehen bleibt und dann ist man in Deckung. Yo, chillt. Oh, komm mal von hinten. Ja, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, scheiße. In Deckung bleiben. Ach, nicht die Dinger. Und tot. Ja, geil. Sehe ich auch, dass die die runterfallen lassen. Ich muss jetzt aber nicht wieder von vorne anfangen. Nee, natürlich nicht. Aber vom zweiten. Das ist schlimm genug. Wo ist der Sniper, Haini? Komm. Und tot. Ja, geht doch. Okay. Ja, markieren gar nicht, ey. Das macht dir Spaß, was? Bidipack ist unterwegs. Ach, auch nochmal. Und tschüss. Scheiß Dreiergespann da. Und tschüss. Geht doch. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, scheiße. Ich flieg dich zusammen. Das ist aber nett von dir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nachladen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Keine Medikits mehr. Mörser ist auch leer. Scheiße. Also läuft gerade eigentlich relativ nicht gut. Oh, jetzt lassen die diese Teile fallen. Nee. Jetzt waren es diese. Oder ich bin einfach zu einem anderen Punkt gegangen. So. Doch, das spielt eine Rolle. Machen wir. Okay, haben wir den Sniper auch ausgeschaltet. Noch einen Punkt. Das wäre dann wahrscheinlich der Nervige, wo wir gerade draufgegangen sind. Oh, scheiße. Oh, Gott. Die ziehen aber auch ab, ne? Oh, nein. Ey, Mann. Mann, ich hab mich selbst in die Luft gesprengt. Ist doch scheiße. Ich würde sagen, ich melde mich einfach gleich zurück. Bis dahin. Servus.